So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Jetzt habe ich natürlich den Tobi doch übergangen, gerade noch nachgefragt im Fan-Chat. Tobi, was meinst du? Ich habe doch vorhin schon ein Video und 20 Uhr eine Premiere. Sollen wir da jetzt noch ein Video dazwischen rotzen? Eigentlich möchte ich doch, dass die Leute das Video von 15 Uhr gucken, was ich heute gemacht habe. Da geht es nämlich um 25 süße Baby-Pokémon, die nicht in Pokémon Go erhältlich sind. Aber welche ihr vielleicht gerne in Pokémon Go sehen würdet. Denn da ist eine Umfrage auch dabei, welches ihr am besten findet von denen, die nicht da sind. Aber vielleicht, wer weiß, was die Zukunft bringt. Und die Premiere 20 Uhr und morgen ist ja eigentlich, habe ich ja gar kein Video. Da müsste ich eigentlich das hier machen, aber ich mache es jetzt trotzdem schon jetzt. Damit die Leute wieder sagen, ah, das ist aber schön. Dass ich jetzt so viel schon wieder habe und gar nicht weiß, was ich gucken soll. Weil du immer 50 Videos am Tag hochlädst. So, feiern das bevorstehende Release von Pokémon Go Plus Plus mit dem Event eine Mütze voll Schlaf. Es war ja schon angekündigt, dass am 16. 17. Juli ein Event ist. Aber genau an dem Wochenende ist ja mein Geburtstagswochenende, wo viele Leute aus der Community und so von den Zuschauern extra anreisen wollen, sich mit mir treffen wollen. Wir gemeinsam dann zwei Tage, äh, zwei Nächte draußen übernachten wollen, wie bei einem Festival mit vielleicht Pizza, Grillen, Bierchen, Wasser, Abkühlung, Spaß. Und, ja, jetzt ist genau an diesem Wochenende natürlich dieses Event, was man gefühlt dann also verpasst, aber, oder verschläft. Man ist ja sehr kräftezehrend, aber verpasst man denn wirklich was? Hier auf dem Teaser-Bild sehen wir ein dickes, fettes Relaxo mit einer Schlafmütze und ein Koala-Bären, der auch schläft, im Baum, sitzend. Das zeigt uns schon mal wenigstens ein neues Pokémon und ein Pokémon mit Kostüm. Zzzz, 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 feiert das bevorstehende Release von Pokémon Go Plus Plus mit dem wunderbar verträumten Event eine Mütze voll Schlaf. Von Samstag, den 15. Juli, 16 Uhr, bis Sonntag, den 16. Juli, 20 Uhr. Hm, das ist natürlich, wenn Freitag die Leute anreisen und wir dann also, ach, keine Ahnung. Pokémon-Debüt! Das Halbschlaf-Pokémon, Koalelu, erscheint zum ersten Mal im Pokémon Go. Jetzt ist die Frage, wenn das nur zwei Tage geht, ist das nach den zwei Tagen wieder weg? Es gibt ja leider diese Pokémon, die eingeführt werden bei einem Event und nach dem Event siehst du die gar nicht mehr. Dann gibt's die Pokémon, die sind bei einem Event eingeführt und danach ist das Event um und das sitzt trotzdem noch an jeder Ecke. Volley ist zum Beispiel auch so ein Teil, was eingeführt wurde und danach hast du das so gut wie nirgendwo mehr gesehen und du musstest auf irgendein Event wieder warten, um das mal wieder zu sehen. Nämlich zum Beispiel das Event jetzt, da ist es nämlich auch wieder mit dabei. Relaxo mit Schlafmütze erscheint außerdem zum ersten Mal im Pokémon Go, schließt eine Spezialforschung ab, um ihm zu begegnen und mit etwas Glück könnt ihr sogar einem schillernden Exemplar von Relaxo begegnen. Das finde ich schon wieder so brutal, unverschämt und krass, aber wird auf jeden Fall ein schlafendes, shiny Relaxo mit Mütze. Wird der Hit, wird so mega krass, also wer so eins bekommt, hat nicht nur den Schocker der Woche, sondern auch den Schocker des Jahres abgegriffen. Diese Spezialforschung bekommt ihr nämlich nur, wenn ihr dieses neue Gadget Pokémon Go Plus Plus gekauft habt, mit eurem Pokémon Go Account verbindet und dann habt ihr automatisch diese Spezialforschung. Wenn ihr die abschließt, dann kriegt ihr dann halt eine Begegnung mit diesem Relaxo und entweder ist es dann shiny oder es ist nicht shiny. Das ist wie die ganzen anderen Forschungen, die wir zuletzt hatten, auch mit dem Labras, mit der Schleife, mit dem Ponita, mit dem Halstuch und mit dem Elekid, mit der Armbinde. Du hattest einmal die Chance, ein so einen Teil zu bekommen und manche haben das in shiny bekommen und das ist so mega brutal und so selten. Und das mit dem Relaxo ist jetzt auch so, nur dass es nicht einfach jeder hat, diese Forschung, um es einmal zu bekommen, sondern nur Leute, die sich halt dieses Pokémon Go Plus Plus holen. Ich habe mir ein Pokémon Go Plus Plus bestellt, weil ich eigentlich ein Video machen wollte, wollte das mal testen, wie das funktioniert und gleichzeitig in dem Testvideo das auch als Gewinnspiel ausschreiben, weil ich das selber nicht brauche. Ich möchte aber gerne diese Spezialforschung zeigen, machen, das Gadget mal zeigen, machen und dann dieses Gadget, dieses Pokémon Go Plus Plus verlosen dann an die Zuschauer. Aus einem anderen Grund habe ich es mir nicht bestellt. 60 Euro für euch. Aber mal gucken, wann das ankommt. Hier steht halt nochmal alles da, dass ihr das da verbinden könnt, wie das alles abgeht und ihr kriegt diese Spezialforschung. Während des Events, jetzt aber zurück zu euch, wenn ihr das Pokémon Go Plus 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 nicht habt. Im Event Samstag und Sonntag gibt es wilde Pokémon, nämlich Bummeluf, Abra, Traumado, Relaxo, Voltilam, Teddyursa, Bummels und Wolli. Alle können shiny sein bis auf Wolli, aber Wolli ist zurück und ist trotzdem selten. Mit etwas Glück begegnet ihr auch Somniam und eben Koalilu. Der ist ja als wildes Pokémon aufgeführt, was schon mal cool ist. Aber gleichzeitig ist er halt auch als seltenes Pokémon. Und das nur zwei Targon. Wäre natürlich cool. Ein Hunderter, genügend XL sammeln, generell Bonbons sammeln. Ich weiß gar nicht, ob das eine Weiterentwicklung hat oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, das ist einfach so, wie es ist. Dann brauchst du wieder einen, der auch Koalililu hat. Koalilu. Damit ihr vielleicht ein paar hin- und hertauscht, nochmal um XL zu ergattern. Und vor allem ein Lucky zu bekommen. Das braucht man dann auch wieder. Männlich, weiblich, Lucky, 100, sonst was. Shiny gibt es noch nicht. Aber wenn das erstmal eingeführt wird, haltet den Ball flach. Das wird irgendwann auch nochmal da sein, sodass man eben Chance mehr darauf hat. So. Wilde Pokémon, genau. Was ist jetzt interessant? Abra ist vielleicht interessant. Raumado. Joa. Wolli. Und Wolli. Relaxo. Wer noch keinen Shiny Relaxo hat. Hey, nehmt es mit. Ansonsten weiß ich nicht. Sind die Spawns nicht so krass? Wir haben aber auch noch Raids. Raids der Stufe 1. Abra, Galafleckmon und Traumato. Galafleckmon hat letztens erst sein Seeday gehabt. Das andere Zeug gibt es wild. Sehe ich jetzt nicht, dass man Stufe 1 Raids machen muss. Raid Kämpfe der Stufe 3. Duflor. Relaxo. Inikoro. Follikon. Relaxo gibt es wild. Sehe ich jetzt nicht, dass man Raids machen muss. Der Stufe 3. Raids der Stufe 5. Regieleki gab es bisher nur in Top Raids oder auch Elite Raids genannt. Viele Leute haben keine X-Raids Arenen gehabt. Bei sich in der Stadt oder eben keine Mitspieler konnten das nicht bezwingen. Da konnte man ja auch nicht zu einladen. Das musste man vor Ort machen, weil das eben ein Top Raid war. Jetzt ist es offiziell im 5er Raid drin. Nicht nur an X-Raid Arenen und nicht als Vorort Raid. Jetzt kann man auch dazu einladen oder eingeladen werden. Das wird für viele also interessant sein, um wenigstens mal den Pokédex-Eintrag mitzunehmen. Gleichzeitig kommt auch Megalogog natürlich in die Raids. Wer den Raid Day verpasst hat, schlägt hier zu. Wer den Raid Day nicht verpasst hat, der hat wahrscheinlich keinen Bedarf. Also ich werde meinen Pass dann täglich für Regieleki ausgeben. Und ja, das Quali-Loo finde ich ja interessant. Aber ich glaube nicht, dass das eine Weiterentwicklung hat. Neue Avatar-Artikel und Sticker. Ihr könnt euch eine Schlafmütze mit Relaxo-Muster sichern. Die folgenden neuen Artikel ist ab dem Beginn des Events und auch nach dem Ende des Events noch kostenlos im Shop erhältlich. Also die Mütze kostet nichts. Die Mütze kann sich jeder aufsetzen. Kostenlos. Und dieser Relaxo-Einteiler scheint auch kostenlos im Shop verfügbar zu sein. Für jeden könnt ihr euch dann dran zimmern. Plus Sticker mit Relaxo-Mamfaxo-Bummels-Schlafendem-Somnian-Pikacho und hier diesem Koala. Das war es an sich schon. Also ein schläfriges Event, was wirklich nur zwei Tage geht und richtig brutal wird an dem Wochenende. Ich glaube, ich muss Pupsi dann mal fragen, ob sie vielleicht Zeit hat, mich zu vertreten, an dem Wochenende meinen Account oder so da mal was mitzumachen. Dass mir da nichts durch die Lappen geht, in die Sucht klatscht durch. Ansonsten freue ich mich auf Regieleki, trotzdem in den Raids. Ich freue mich auf den Koala, weil der neu ist. Und guck mal, wann dieses Pokémon Go Plus Minus Plus ankommt, damit ich dann vielleicht diese Spezialforschung mal zeigen kann und hoffe, ein Shiny Relaxo mit Schlafmütze zu haben. Habt ihr das Pokémon Go Plus Plus Minus Plus geteilt durch vorbestellt? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Euer Ramses.